Im Rahmen des 111-jährigen Jubiläums mit dem Thema wertvolle Verbindungen haben wir uns gedacht, einen Design Award zu organisieren. Und da wir der Region sehr verbunden sind und uns auch für diese Region engagieren wollen, haben wir die Hochschule in Pforzheim angesprochen und sind bei Professor Dr. Christine Lüdecke direkt auf offene Ohren gestoßen. Also die Idee dieses Design Awards mit der BINDER-Gruppe, mit EGF und mit BINDER, ist eigentlich eine ganz spannende Chance für BINDER und EGF zu verstehen, wie Leute mit ihren Industriemöglichkeiten umgehen können und gleichzeitig für Studierenden einen ersten Bezug zu industriellen Möglichkeiten zu schaffen. Die Chance das machen zu können, für das ist der Design Award, schätzen wir sehr, sind sehr begeistert vom ersten Jahrgang momentan und freuen uns für die nächsten Jahre. Bis zum nächsten Mal. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020